Fragen wir mal nach beim WDR-Digital-Experten Jörg Schieb. Was haben wir Verbraucher denn jetzt dadurch wirklich gewonnen? Also erstmal im Augenblick gar nichts, denn es dauert ja eine Weile, bis das 5G-Netzwerk dann steht. Mehrere Jahre wird das dauern, vor allem bis das Flächendecken zur Verfügung steht. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, mit unseren Geräten schneller unterwegs zu sein. Aber wir Verbraucher brauchen eigentlich jetzt keine 10 Gigabit pro Sekunde, was 5G ja zur Verfügung stellt. Aber wir brauchen mehr Bandbreite, weil wir immer mehr HD-Videos schauen und hochladen und weil immer mehr Menschen Geräte benutzen in den Ballungsgebieten und die LTE-Anbieter einfach an den Grenzen sind. Das merken wir ja alle. Wir surfen nicht so schnell, wie wir eigentlich könnten und was uns eigentlich im Tarifvertrag auch versprochen wird. Und deswegen brauchen wir neue Mobilfunkfrequenzen und das ist ein Vorteil für uns Verbraucher. Für die Industrie, die braucht es eher, dieses 5G, weil sie darauf angewiesen sind, große Datenmengen sehr, sehr schnell zu übertragen. Autonome Fahrzeuge wurden ja angesprochen oder auch in der Telemedizin zum Beispiel. Das ist ein großer Vorteil bei 5G, dass die Geräte sehr viel schneller nicht nur die Datenpakete austauschen, sondern auch schneller reagieren können. Das merken wir Verbraucher aber gar nicht. Das ist mehr so für den speziellen Einsatz mit den mobilen Geräten in Zukunft der Fall. Okay, soviel zu den Gewinnern. Wie sieht es denn jetzt auf der Verliererseite aus? Also Vodafone zum Beispiel hat gesagt, das Ergebnis sei katastrophal. Wieso das denn? Das sagen Sie vor allem wegen der Kosten. Das Bietverfahren war ja sehr, sehr lange, drei Monate und es wurde sehr viel mehr geboten und auch ausgegeben. Über zwei Milliarden allein Vodafone. Das bedeutet ja, dass dieses Geld nicht zur Verfügung steht, um die Infrastruktur auszubauen. Denn das ist ja jetzt der nächste Schritt. Jetzt hat man erstmal die Lizenz gewissermaßen, um 5G betreiben zu können. Aber jetzt muss natürlich auch alles getan werden, dass überall im Land Sendemasten stehen, die an die Glasfasernetze angeschlossen werden müssen, damit eine Flächen oder nahezu flächendeckende Versorgung entsteht. Das kostet auch nochmal Milliardenbeträge. Und da hätten sich natürlich die Mobilfunkanbieter gewünscht, dass sie weniger ausgeben müssen für die Lizenzen, damit sie mehr zur Verfügung haben für den Ausbau. Am Ende müssen wir Verbraucher das aber bezahlen. Da darf man sich keine Illusionen machen, denn die Kosten werden selbstverständlich umgelegt. Das heißt also, die 5G-Verträge werden teurer sein als im Ausland, wo weniger gezahlt wird für die Lizenzen. Das muss man sich auch klar machen. Und haben eigentlich alle vier Firmen ähnlich große Anteile bekommen? Also alle vier haben geboten. Vodafone und Telekom haben größere Kapazitäten bekommen. Vor allem in diesem Frequenzspektrum, das höherfrequenzig ist, wo man sehr viel größere Bereiche versorgen kann. Ungefähr doppelt so viel. Telefonica und vor allem Drillisch haben kleinere Pakete bekommen. Das heißt weniger Bandbreite. Das heißt nicht, dass sie nicht im ganzen Land verfügbar wären, aber sie haben weniger Bandbreite bekommen können. Also weniger Kunden bedienen. Das heißt, der einzelne Kunde merkt das letztlich nicht, diese Unterschiede. Aber es gibt unterschiedliche Summen, die bezahlt wurden. Und selbstverständlich gibt es auch unterschiedliche Frequenzspektren, die die verschiedenen Anbieter da bekommen haben. Also insgesamt sind ja 6,6 Milliarden Euro geflossen. Das ist ja eine Riesensumme. Hat der Bund denn damit gerechnet? Und was passiert jetzt mit dem Geld? Also gerechnet kann man nicht sagen. Man hat eigentlich weniger erwartet. Aber so ein langes Auktionsverfahren hat halt auch den Vorteil aus Sicht des Bundes, dass wenn die sich gegenseitig überbieten ständig, dass dann größere Beträge zusammenkommen. Das Geld wird jetzt genutzt, haben wir ja auch gehört, um vor allem Schulen auszustatten mit Digitalität und um den Netzausbau zu beschleunigen. Nicht nur den mobilen Netzausbau, sondern vor allem auch Glasfaser zum Beispiel und DSL-Ausbau in den ländlichen Regionen. Vor allem das wird dann vom Bund gefördert. Da meckern jetzt die Mobilfunkanbieter auch wieder. Es wäre wünschenswert aus ihrer Sicht, dass vor allem der Mobilfunkbereich gefördert wird. Aber so ist es halt nicht. Es wird auch der andere Bereich gefördert. Muss auch so sein, weil Glasfaser ist eine ganz wichtige Technologie, von der auch der Mobilfunkbereich profitiert. Weil die Mobilfunkanbieter sind auch darauf angewiesen, dass Glasfaser liegt, damit sie diese Datenpakete, die über den Mobilfunk ausgetauscht werden, letztlich in die Glasfaser einspeisen können. Das muss jetzt erstmal sehr viel ausgebaut werden. Eine letzte Frage noch. Viele Menschen fürchten sich ja ohnehin schon vor der Strahlung. Verändert 5G jetzt irgendetwas dabei? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also Strahlung ist natürlich grundsätzlich nicht gesundheitsfreundlich. Es ist teilweise auch gesundheitsschädlich. Das hängt immer davon ab, wie weit man davon entfernt ist. Das muss man aber jetzt erstmal ganz genau untersuchen. Da gibt es unterschiedliche strittige Ansichten, ob das jetzt mehr oder weniger, also weniger wahrscheinlich nicht, ob das wirklich mehr gesundheitsschädlich ist, als das, was wir ohnehin schon haben. Okay, wäre ja interessant zu wissen. Vielen Dank, Jörg Schieb. Gerne.